sooo leute wir sind wieder zurück äh bei left for dead deathcraft die erste version natürlich und höre ich grad wo ist ich feier das gerade wie geil ist das denn jetzt einfach mal meine waffe wo das muss man feiern das ist ja wartet mal im audio das ist cool dass die minecraft muckels da ist hammer originale minecraft muckel ist das müssen wir da runter ich weiß es nicht können sie aber jetzt schon mal hier alle können ich hoffe dass wir da runter müssen uns machen wir uns einen unnötigen weg so aber ich selbst wenn es ist nicht ein unnötiger weg ich wollte ja hier sowieso viele wege zeigen die es hier gibt und daher wollte ich doch fast hin zum bist so okay so ihr müsst verrecken und so nicht noch mal nicht noch einmal nicht mit mir können wir hier irgendwas machen die geräusche sind hammer also die sound kulisse und effekte ich feier das einfach vor allem den jahren wird sie mich an wird sie nicht an kurzen nah hat es war klar nachher muss ich meine munition dann automatisch nachladen und es kommt richtig viel um es sieht gerade so viel aus aber ich glaube nicht dass es so viele sind ähm ja ich schieße erstmal auf unsere freunde auf unsere verbündeten auch nachladen nachladen ist gut aber das ist eine kiste aus einem kisten um ankommen um urgell geile waffen am tg ist ja ich nehme die waffen das ist ganz gut dann gehen wir mal weiter hier sind fackel ein fackel reicht natürlich für alles hier vor allem die fackeln leuchten auch noch also muss er diese wir nicht alleine ne das ist nicht toll es wird ja dann sind und von mir ich habe gerade viel warte mal wir laufen gerade es ist ja geil aber jetzt sind wir jetzt im kreis warte mal müssen wir entweder hier so ein kleiner raum da ist gar nichts das ist einfach nur im kreis also müssen wir hier runter oder so davon hier kommen wir glaube ich oder ich weiß es jetzt gerade nicht von dem müssen doch ich habe das gerade gar nicht geschafft ist gar nicht gehört nicht gescheckt und dann schreibt mir das ist cool in der kiste ist nix und zwei bücher eine bibliothek ist das hier und die müssen wir anscheinend ein ausgang finden oh mein gott was ist das was ist das ich glaube es kommt wieder so ein dicker schon dicker wo ist der denn ich sehe den gar nicht ich will es hochhelfen ach wo hat jemand gemacht ich will den gerade hochhelfen ich wollte gerade mal auf nett tun sorry oh mein gott ich muss dir helfen ich muss ihm helfen ich muss ihm helfen ich muss ihm helfen einfach aber haben sie schon geschafft dann ist ja alles ok wo war das denn jetzt ok wir müssen uns einen weg nach oben finden habe ich das gefühl das sieht schon so aus und was schon so aussieht ist auch so also natürlich die frage wohin lang wohin lang ist das eine leiter ne ist da gerade aus ach hier ist eine leiter bin ich fast vorbeigelaufen oh ach schmerzmittel wurden uns gegeben ähm aber noch noch ist es nicht so schlimm noch können wir damit ein bisschen rumlaufen aber trotzdem danke Zoe oh ich habe den Creeper gar nicht gesehen ich weiß gar nicht was es jetzt in echt ist hier sind gar keine ich habe den Weg schon wieder nicht gesehen ich sehe manche Wege einfach gar nicht so nimm das und nimm dies und nimm sind die von unten ich glaube wir müssen nach oben so nimm dies und nimm das und nimm dies und ich glaube ich lasse die Stats sozusagen drinnen da sage ich dann einfach gar nichts äh wie gesagt ich weiß nicht ob ich die Stats sozusagen drin lasse und ich glaube ich sollte mich trotzdem gleich mal heilen einfach aus Prinzip ähm heilen so ah endlich schon haben wir uns geheilt so und mich kratschen wir was nein 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 bitte nicht bitte nicht da war gerade ein Smoker deswegen habe ich das gerade gesagt nicht dass ihr denkt warum sagt er bitte nicht bitte nicht es kommen hier gerade Mengen 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 von Zombiehorden ich schieße einfach ohne dass ich schieße einfach ne obwohl noch nicht mal was ist so jetzt sind wir weiter oben und hier ist eine Kiste da war was drinnen was ist ganz cool Munition was ist das ach so das ist Luis was ist das was ist das was kann das ich weiß nicht was das bringt oh jetzt weiß ich was das bringt jetzt weiß ich was das bringt jetzt oh du so du heilst uns schon wieder das ist ja nett okay ich glaube wir müssen ins End kann das sein ich glaube das ist so aber wie kommen wir ins End kommt Mist da fehlt noch eine ne und wie kriegen wir die wir brauchen noch eine Ender ein Enderauge oder sowas in der Auge in der Auge aber woher kriegen wir das ist eine gute Frage aha und dann dies und dann das und dann dies aber jetzt ist natürlich die gute Frage und jetzt auch wieder die nächste Frage wie wir hinkommen hier ist nix ich glaube wir haben irgendeinen Ort verpasst mag das sein aber wir können ja nicht einfach da rein ich hoffe wir sind jetzt gerade gerne hm dieses dieses Geheule ne das verwirrt mich richtig oh nein wir wurden voll gekotzt mein Kind juckt mag das wirklich das mag sein dass wir wirklich einen Ort verpasst haben ja wir haben einen Ort verpasst anscheinend wir haben einen Ort verpasst ist das der oder waren wir hier schon ich weiß es noch nicht oh nein oh nein oh nein oh nein wir werden zerfährt hilf uns oh Billy hat ihm wieder geholfen gut das ist gut okay 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 nach oben nach oben nach oben das war nicht immer so eine gute Idee nach oben zu gehen aber wir haben einen Ort verpasst oder oder waren wir hier schon ich weiß es ehrlich gesagt nicht das war Hero Brain das war das war doch das war doch also für Leute die das nicht wissen aber das war das soll angeblich das soll angeblich ähm Mojangs Dings ähm Bruder sein nicht Mojangs wir gehen mal zu Ende Portal alle insofern 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 ach die Tür zu ach wir sind schon in meinem nächsten Raum ja du sag einfach mal war vielleicht eine etwas kurze Folge glaube ich aber wir können da mal kurz hier hingucken sieht schön aus ich weiß und wir sehen uns in der nächsten Folge ich weiß es war jetzt eine nicht so lange Folge aber wir können da mal jetzt schon mal hier Munition ey aus irgendeinem Grund kam er hierher aber Hero Brain das die nächste Folge wird eine interessante Folge sag ich jetzt denke ich jetzt Mom und wir sehen uns in der nächsten Folge bis gleich hell yeah god damn it this hurts bis gleich 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 bis gleich